Wir haben einen brandneuen Assassin's Creed Mirage Gameplay Trailer, den ihr hier im Hintergrund seht. Es sind einzelne Ausschnitte aus einem Trailer, die in der Ankündigung von Ubisoft Forward Live preisgegeben wurden, also sprich auch dort in einem Trailer verbaut wurden, in dem unterschiedliche Spiele angeteasert wurden, wie beispielsweise The Crew und Avatar. Und natürlich auch unter anderem Assassin's Creed Mirage, wo ihr jetzt gerade im Hintergrund die einzelnen Szenen seht. Insgesamt sind es nicht allzu viele, es beginnt mit einer Wüstenszene, wo wir unter anderem Basim durch den Sandsturm reiten sehen, der sein Gesicht mit so einem Tuch verdeckt. Im Anschluss geht es dann weiter mit einer kurzen Lagerfeuerszene, weiterhin in der Wüste, aber diesmal bei Nacht. Auch hier im Mittelpunkt unsere drei bekannten Charaktere, die wir schon in der ersten Szene gesehen haben und die zwischenzeitlich auch schon auf verschiedenen Screenshots offiziell veröffentlicht wurden. Die dritte und letzte Szene zeigt nochmal ganz episch den großen Sandsturm, wo alle drei gerade reinreiten wollen und damit auch so ein wenig die Hoffnung wecken, dass nicht das gesamte Spiel vollständig nur in Bagdad stattfinden wird, sondern teilweise auch in der Wüste, was szenerietechnisch mit Sicherheit nochmal ein ganz anderes Gefühl sein wird. Auf dem Event selber wird es noch weitere Infos und vor allen Dingen auch Trailer-Szenen geben. Deswegen schaut unbedingt am 12. Juni beim Ubisoft Forward Stream vorbei, der hier in Deutschland wahrscheinlich so gegen 19 Uhr anlaufen wird.